Jennifer Frankhauser, 27, ist fit wie ein Turnschuh. Dass die einstige Dschungelkampfsiegerin eine waschechte Sportliebhaberin ist, war schon längst kein Geheimnis mehr. Schließlich überrascht die Influencerin ihre Fans am laufenden Band mit Fotos ihres knackigen Körpers stahlharte Sixpack inklusive. Im Zuge der wärmer werdenden Tage verlegte die Reality-TV-Bekanntheit ihr Fitnessprogramm nun an die frische Luft und bewies dabei, Jenny ist ganz schön athletisch. Diese Aufnahmen auf dem Instagram-Account der Musikerin begeistern ihre Community ungemein. Zu sehen ist eine top-motivierte Blondine, die im Garten auf einer knallpinken Matte ihr Können in Sachen Balance unter Beweis stellt. Neben einem Spagat führt die YouTuberin nämlich auch einen Handstand aus, wobei sie ihre Körperspannung offenbar ohne viel Mühe hält. Bei den Fotos wissen ihre Follower vermutlich nicht, wohin sie zuerst schauen sollen, auf die gekonnten Übungen, die hervorglitzenden Bauchmuskeln der 27-Jährigen oder auf das große Ganze. Immerhin stimmt das GYM-Outfit farblich exakt mit der Trainingsmatte überein. Kein Wunder also, dass die Kommentarspalte nur so vor Komplimenten und Herzenmodels strotzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.